Im Vorfeld gab es ja so ein paar akustische Differenzen, was die Fans anging. Die haben natürlich wieder eine Choreografie geplant, die wird jetzt wohl nicht zustande kommen. Da gab es Ärger mit der Frankfurter Feuerwehr. Ihr habt das wahrscheinlich am Rande auch so ein bisschen mitbekommen. Jetzt muss ein bisschen improvisiert werden morgen, anstatt dass man diesem Spiel auch so optisch diesen Rahmen gibt, den es eigentlich verdient hätte. Was macht das mit euch als Mannschaft? Wie viel nimmt das bei euch von der Vorfreude vielleicht auch ein Stück weit weg oder muss es euch ein Stück weit auch egal sein? Am Ende ist es ja ein Thema von anderen Stakeholdern oder auch vom Verein. Ich meine, da haben wir Spieler ja wenig Einfluss drauf. Wir freuen uns einfach auf den Fußball, wir freuen uns auf das Spiel und wir wissen, ob Choreo mit oder ohne. Wir wissen, dass die Fans da sind, dass alle im Stadion sich auf dieses Spiel freuen, dass sich die Stadt darauf freut. Und wir sind uns als Spieler auch sicher, dass es eine gigantische Stimmung wird. Und von daher ist das jetzt kein so großes Thema bei uns. Hallo, die Weltmeisterschaft war ja für dich in der Nationalmannschaft eine große Enttäuschung. Ist jetzt diese Herausforderung und diese Gelegenheit Champions League mit der Eintracht für dich die neue Herausforderung und eine gewisse Entschädigung? Sagen wir es mal so, das ist ja das Schöne am Fußball. Es gibt ja immer neue Herausforderungen, es gibt neue Challenges. Das eine liegt jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Von daher, das habe ich auch schon erwähnt. Ich meine, es gab einen Jahreswechsel. Wir spielen schon die Rückrunde. Wir sind schon wieder in der Champions League. Wir sind schon wieder beim Verein. Deswegen ist das Nationalmannschaftsthema für mich jetzt auch ad acta gelegt und ein Stück weit in der Vergangenheit. Und wie schon gesagt, im Fußball geht es ja auch schnell. Man hat immer wieder neue Herausforderungen, persönlich, als Mannschaft, als Verein. Und da liegt jetzt auch der volle Fokus drauf. Und deswegen ist die Vorfreude größer, als jetzt irgendwie in die Vergangenheit zu blicken und und da noch irgendwelche Lehren daraus zu ziehen. Deswegen der Fokus ist auf der Champions League. Die Vorfreude ist da und das ist auch das, was für mich als Spieler zählt. Mario, wir haben das Thema Erfahrung gerade bei dir angesprochen. Vor zehn Jahren hattet ihr ja mit Dortmund diesen unglaublichen Road zum deutsch-deutschen Endspiel. Siehst du gewisse Parallelen, dass so was mit der Eintracht so ein Flow möglich ist? Habt ihr auch so ein Rüstzeug, dass richtig was möglich ist in dieser Champions-League-Saison? Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, jetzt auch vor zehn Jahren. Aber am Ende ist der Flow wichtig. Klar, es ist die Leistung, die Performance wichtig. Es ist die Energie in der Mannschaft wichtig. Die und die ist gegeben, auch die letzten Wochen und Monate. Und ich glaube, dass natürlich viel möglich ist, auch für uns als Mannschaft, als Verein. Und deshalb blicken wir sehr, sehr positiv in die Zukunft. Aber wir wissen, wie gesagt, auch wie schwierig das ist, dieses Level zu halten, auch Woche für Woche in allen Wettbewerben. Schwierig, da ein paar Parallelen zu ziehen von vor zehn Jahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.